so schönen guten tag hier zur neuen ausgabe vom vlog bin ja gerade wieder unterwegs in eine der ganz wichtigen fahrten steht wieder an ich habe nämlich was neues bekommen hier aus dem studio und das klang klang einer wohnung über kopfhörer schon mega gut aber natürlich muss es den ultimativen test hier im auto noch stand halten und dementsprechend test das gleich war es ist noch nicht noch nicht gemastert aber im mix schon fertig und bock so 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 Wenn die Gitarre da so klingt, genau so stelle ich mir das vor, da muss ich mich nicht vor, wie heißen sie hier, Jack White, Graham Coxon, muss ich mich vor keinem verstecken, die Kochen ordnet nur mit Wasser. Und ich finde es richtig gut, es macht richtig Bock, es ballert gut. Könnte ich jetzt schon mal bei Spotify hochladen, damit ihr das auch morgen hört. Aber wie gesagt, es muss dann noch final gemastert werden, es wird dann noch dicker und richtig Bock da irgendwie noch ein Video zu drehen. So, aber jetzt muss ich hier mal kurz in die Zielberger Musikwerkstätten, weil heute Nachmittag hat hier Rapido Soundsystem die Arena gemietet. Irgendwie der letzte große Rock'n'Roll-Star einer ganzen Generation nimmt hier neue Tunes auf. Und da will ich mal gucken, ob hier alles am Start ist, irgendwie genug Bier da ist und ja, das sieht auch gut aus irgendwie. Ja, hier werden heute neue Songs aufgenommen und ja, es geht immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Deswegen könnt ihr, schaut euch mal, habt ihr überhaupt schon Rapido Soundsystem gehört, irgendwie hört euch das mal an. Aufhebung der Gleichschaltung. Aufhebung der Gleichschaltung. Aufhebung der Gleichschaltung. Gut, das Video habe ich übrigens Regie geführt. Und ja, sonst, sonst gibt es nichts Neues. Ich wurde gestern geimpft irgendwie, linke Arm ist ein bisschen lahm, deswegen mache ich ein bisschen Piano. Aber sonst, topfit, 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 topfit. Gut, das war's auch schon heute schon, mehr fällt mir grad nicht ein. Mach's gut. Und guck mal hier, hier unten, link, link, hier unten der link. Zielmerkermusik wegschütten. Das läuft dann mal hin. Da könnt ihr auch, habe ich Oleg Bambolek Tunes noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr hochgeladen. Für einen absoluten Spottpreis kann man sich da nur die Hits ziehen. Wie gesagt, Rapido Soundsystem ist da mit am Start und Atomic Bolsch. Unsere gemeinsame Band quasi, die Allstars, Allstar Team. Könnt ihr euch da alles anhören? Und damit bin ich erst so für heute raus. Tschüss.